Okay, wir sind mal wieder am Start hier und wir spielen die Isle und wir wollen uns diesen Dinosaurier mal in freier Wildbahn anschauen. Möglichst dunkel wollen wir es sein und wir wollen die Insel unsicher machen. Das machen wir jetzt. Das ist die große Frage, die Northwestern Plains ist glaube ich gut. West Rail Access. Ich glaube, das war schon Northeast Plains. Und jetzt schauen wir mal, was hier so auf uns zukommt. Wir sind ultra klein, es ist Tag, das ist alles schon mal schlecht, weil Klein und Tag auf der freien Fläche bedeutet Tod. Da ist Nahrung. Oh mein Gott. Wenn da Nahrung ist, dann ist es schon... What the fuck was that? Holy Moly. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe Angst. Was war das? Fuck. Kann ich den snacken? Was ist das? Oh mein Gott, da kommt noch ein Krokodil. Oh mein Gott, da kommt noch ein Krokodil. Okay, hier geht es ab. Ohne Ende. Das Krokodil hat jetzt mal... Lass ich mal hier schnell was snacken. Schnell is! Ich glaube, wir werden es nicht überleben. Das Krokodil frisst sich voll. Ich muss weg. Hier ist mir zu viel los. Hier ist ein riesen Krokodil. Hier ist... Ich blute. Es ist alles ein bisschen unschön hier gerade. Ich chill hier kurz. Okay, warte mal. Status Report. Gute Diät. Es ist... Es ist ultraströmisch. Was geht denn mit dem Wetter ab? Was geht denn mit dem Wetter ab? Bitteschön. Es ist ultrastürmisch. Okay. Naja. Okay, wir regenerieren uns. Okay, ich glaube, wir können ein bisschen gucken hier. Wir sind schon auf dem Weg der Besserung. Hier kurz schauen. Ich weiß, hier reden ultra viele Viecher rum. Das letzte Mal sind wir hier voll verhungert, weil wir nichts zu fressen gefunden haben. Diesmal ganz anders. Diesmal sieht dieser halt ganz anders aus. Shit, wer wäre aber ohne Ende hier. Seht ihr dieses Riesenviech da hin? Oh mein Gott, das Krokodil hat dieses... Ja krass, das Krokodil... Gibt es gesehen? Das Krokodil hat den Typen weggeschnitzelt. Da war noch... Da war noch Nahrung. Kann ich da noch was essen? Boah, da ist überall noch... Ich höre auch dieses rumgegrunzelte, das sind irgendwelche Riesendinosaurier. Boah, es ist ultra creepy, Mann. Es ist ultra creepy. Okay, warte, 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 warte... Da vorne ist noch Nahrung. Gern hin. Der hat den kleinen Buddy, den kleinen Dude, geschnetzelt. Ist ihm da runtergefallen, glaube ich. Könnte ein Grund dafür sein, dass die tot sind. Da vorne liegt noch Nahrung, die musste ich mir schnabulieren. Irgendwo hier. Kann ich den fressen? Ja, hauen wir rein. Alles weg damit. Es ist ein bisschen vergammelt schon. Die Lophosaurier, glaube ich. Es ist mir wurscht, ich esse es. Alles reinhauen, was geht. Nicht lang... Wir können nicht biggig sein, wir hauen uns das rein. Weiter geht's. Wir chillen hier. Ja, aber haben wir irgendwo ein Riesenviech gesehen, gehört. Hört ihr das? Fahren wir irgendwo. Ich bin nicht sicher, ob ich drauf zu rennen sollte. Das macht keinen Sinn, glaube ich. Hört ihr das? Direkt von mir. Shit! Ich habe Muscle Spasms. Weil ich... ...artgenossen gefressen habe. Das war nämlich die Lophosaurier, der da gelegen hat. Was ist das da vorne? Ein Pflanzer oder ein Gegner? Pflanze. Das bin ich. Da ist was, da oben. Seht ihr das? Was ist das? Bogodin? Können wir mal stressen? Den kann ich ein Freundes... Freundschaftsangebot machen. Ich glaube, der wird jetzt gekillt von dem Viech. Der ignoriert mich. Okay, dass wir nichts mit mir zu tun haben. Don't eat me. Please. Don't eat me. Er lässt mich hin wohl. Sehr gut. Da oben haben wir einen Kanu gesehen. No. No. Okay, okay, okay. Ja, der Typ sieht cool aus. Der lässt uns, glaube ich, in Ruhe. Ich schnappe, ich schnappe schnell was. Was hat er gesagt? Okay, er lässt mich in Ruhe. Okay, 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 okay. Also, es sieht gut aus. Wir haben Futter. Er will lieber alleine zocken. Das verstehe ich auch. Was ist das für einer? Ich kann dem eine Freundschaftsanfrage schicken. Okay. Er interessiert sich nicht damit. Hier geht es ab ohne Ende. Ich habe Spassens. Ich fresse nochmal schnell. Okay, wir sind voll gefressen. Mehr geht nicht. Ab, ab, Marsch. Ab, Marsch, Ab, Marsch, Ab, Marsch. Ja, check nicht, dass ich ein Freund bin, dass ich ihm eine Freundschaftsanfrage machen will. Das war ein Raptor. Alter, was war das? Prokodil? Das ist unser kleiner Buddy. Der frisst das Prokodil, alles klar. Okay, 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 okay. Da vorne ist auch noch Action. Oh, hinter Dapsen, ja. Das ist der große. Okay, alles klar. Gut. Nächster Halt. Wasser. Ey, ich bin voll gefressen. Ich bin der glücklichste Dilophosaurus der Welt gerade. Wetter ist kacke. Gut. Das können wir ignorieren eigentlich. Muscle Spassens. Camperly Anthropical. Growth Rate. Oh mein Gott, meine Growth Rate ist ultra lang. Nicht weiter schlimm. Ignorieren. Dass ich nicht ignoriere, ist die Tatsache, dass ich Wasser brauche. Boah, es ist so creepy hier. Ich mache so Geräusche, diese Muskelzuckungen, die sind ultra nervig. Ich sorge nämlich dafür, dass jedes Viechchen im Umkreis mitkriegt, dass man da ist. Eine Vermutung ist das... Das war ein Raptor. Das war kein Raptor. Oh mein Gott, ich muss diese Muskeln... Ich muss diese Muskelzuckungen loswerden. Alter, das ist so Nebel. Der Nebel ist krass. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Da unten ist, glaube ich, was. Da unten ist irgendwas. Das ist so creepy. Oh mein Gott, das Game ist so creepy. Wo ist denn Wasser? Ich brauche... Wasser. Ich denke, dass da unten was sein könnte. Gucken hier. What the fuck? Oh. Was ist das? Krokodile? Ich kann es nicht sagen. Ein bisschen weiter geht es schon, zum Glück. Das sind, glaube ich, Krokodile. Ich habe immer noch Muskelzuckungen. Ich weiß nicht, lustig anders ist es aber nicht. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwo Wasser finde. Kein Wasser. Hinter uns ist unglaublich viel. Boah, ist das Game creepy. Jetzt, wo sie neu Nebel und Sturm und alles hinzugebaut haben, ist das Game noch viel gruseliger als vorher. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Ich renne hier voll im Kreis. Ich will im Kreis rennen, ich will im Kreis rennen und zwar mit immer größer werdenden konzentrischen Kreisen. Um einfach rauszukriegen, wo Wasser ist. Oh, ich stehe mal wieder da hoch. Der oben ist, gibt es auf jeden Fall Nahrung ohne Ende, aber kein Wasser. Wo Nahrung ist. Es sind vielleicht Buddies und Buddies wissen vielleicht, wo Wasser ist. Ich bin noch klein. Ich bin noch klein, okay. Na ja, im Nebel ist klein sein nicht schlecht. Alles abgenaukt, alles tot. Kein Wasser. Die Karte ist halt auch neu, ne? Deshalb, ich kann jetzt aktuell leider Null sagen. Wo ich was finde. Aber ich könnte mal meine Koordinaten hier reinpasten. Ich bin die Offline-Karte sozusagen. Mal schauen. Die Party abgeht hier. Ich bin... Ah, okay. Nach Westen, wenn ich laufe, müsste da... Wenn ich nach... Ne, nach Osten muss ich laufen. Norden. Süden. Dann ist das Osten. So roundabout. Mit ein bisschen Dusel. Wolle mich veräppeln, da ist eine Ziege. Das ist das erste Mal, dass ich ein Eis sehe. Brauche eigentlich keine Nahrung. Oh, die ist ultra schnell. Das ist die komische Ziege da. Soll der jetzt mittlerweile schon ordentlich blüten? Es ruckelt manchmal. Manchmal glitches ein bisschen. Oh shit. Was ist das? Warte, warte, warte. Alles was, das hört sich nie nach. So, buddy. Oh Gott, da drüben ist alles mögliche. Da drüben ist alles mögliche. Oh, hier ist das große Gekille. Okay, egal. Ich will eigentlich... Oh. Guck dir überall. Guck, da steht eins. Ultra gefährlich alles. Ich muss trinken. Hier ist der Fluss. Was sind das für Viecher? Komm zu Gnatus. Alles klar. Karnotaurus höre ich auch. Hühner. Ich höre einfach alles. Es ist alles da. Es ist alles da. Trink. Nur weg. Da ist ein Hühner drin. In was ist ein Krokodil? Und zwar hier ganz in der Nähe. Schleich-Modus aktivieren. Schleich-Modus aktivieren. Hier direkt. Was ist das da? Wir haben irgendwo... Irgendeinen richtig fetten Dinosaurier am Start. Hier links glaube ich. Unserator oder so. Wir haben immer noch diese Muskelkrämpfe. Das ist schlecht. Krokodil? Beziehungsweise es ist ja kein Krokodil. Es ist ja ein Dinosuchus. Es ist ja ein Dinosuchus. Ja ganz ehrlich. Im Dunkeln würde mich hier echt niemand sehen. Nachsichtgerät gut. Meine Nachtsicht ist glaube ich... Wenn ich jetzt wieder so zucke... Verrate ich mich wieder. Ich chill hier jetzt. Ich chill hier. Mal kurz. Und peile mal die Lage. Ich glaube nicht, dass mich hier drinnen einer sieht. Das war ich selbst. Ich muss dringend. Dringend. Oh schnell. Dreimal. Mehr traue ich mich nicht. Mehr traue ich. Probe den. Huhn. Vor mir ist was. Ja, ich seh's. Seht ihr's? Krokodil. Zwei fette Krokodile. Schnetzeln hier was. Sehen die mich nicht mehr? Nee. Oh Gott, hör auf. Da ist noch ein... Deinusuchus. Äh, Dilophus. Dilophusaurus. Zwei Dilophusaurus. Links und rechts. Krokodile tragen hier... ...Idilos weg. Schick mal Freundschaftsanfragen an die Dios. Rechts und links auch noch mal. Also Fleisch gibt's hier genug. Toder Deilone? Was andere ist, keine Ahnung was es ist. Ich weiß echt nicht, was es ist, was ich hier weiß. Ich hoffe, es ist kein Dalo. Nee, ich hör was, glaub ich, hör mal nicht. Okay, also was gibt's hier am... Was ist hier am Start? Ich habe gesehen bisher... Die Lophusaurus, ziemlich viele. Fuggy? Irgendwelche... Ähm... Ja, ja, ja. Ähm, irgendwelche glitchischen... Glitches haben wir gesehen. In dem Wasser... Syncrum... Ach, da ist noch ein Kanut-Zerato. Da ist ein Zerato drin. Da drin ist ein Zerato. Der kleine Zerato hat er links sehen. Der ist hier drin, irgendwo. Der Zerato, der kann uns killen, wenn er groß ist. Deswegen machen wir ihn lieber gleich. Bevor er groß wird. Wie sie erst hätten dann nicht sehen. Nämlich nicht mehr. Wildschwein. Sonne geht auf. Vielleicht hat er seine Mutti dabei. Dann bin ich geliefert. Nee, egal. Ich brauche Wasser. Oh, nee. Seht ihr das da im Wasser? Das ist ein Krokodil. Sonnenaufgang, Krokodil. Oh mein Gott. Not good. Not good. Was war das? Das war der Kanzerato. Ich glaube, ich habe ihn zweimal getroffen. Er hat mich nicht getroffen. Sind es zwei? Ich habe ihn zweimal getroffen. Oh, die Blende ist krass. Die sind beide jung. Ich glaube, die Krokodile finden es langsam interessant, was wir hier veranstalten. Wir müssen aufpassen. Wenn wir da reinglitschen, dann sterben wir. Aber interessanterweise ist es Krokodil anscheinend hinter mir her. Was ich nicht ganz verstehe. Die Ceratus haben sich verkrümmelt. Die Ceratus haben sich verkrümmelt. Wo werden wir das Krokodil hin? Sind wir mit Ceratus? Sind auch noch da. Boah, ich habe den krass gedamaged gerade. Ich habe den krass gedamaged gerade. Alter, was geht hier ab? Hier ist irgendwas riesiges gestorben. Alter Schwede. Okay, alles klar. Witzig, der Dilo hat gerade das... Ah, ne, der hat mich... Irgendwas hat mich gebashed. Krokodil. Riesen-Krokodil. Noch ein Krokodil. Oh mein Gott, hier ist die Action. Hier ist die Action ohne Ende. Mal trinken. Aber schnell. Warte geht's. Woh! Panik, Attacke, Alter. Boah, fuck, war das knapp. Das war ultra knapp gerade. Mach nicht das fertig, das geht. Ach, witzig, der Kleine, das ist ja witzig. Ah, der Kleine macht jetzt gerade hier. Der Kleine macht jetzt gerade hier. Das Krokodil-Platten? Okay, doch nicht, ne? Ja, okay. Es ist draufgegangen. Okay, ein Kreator hat gerade ins Gras gebissen und wurde gerade von diesem Krokodil geblättert. Macht Spaß? Ich bin überrascht, ich lebe noch. Könnte eigentlich nochmal eine Freundschaftsantrage raushauen. Ja. Boah, hier ist was geboten. Was ist das da hinten? Was sind das? Sind das Ceratus? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ah, ich kann es nicht sehen. Was ist das? Das ist ein Raptor. Glaub ich. Und das da? Keine Ahnung. Die erkenne ich nicht. Ey, das geht hier alles so schnell. Ich sehe nicht richtig, was abgeht. Hm, was geht da? Ich sehe nicht, was geht da? Ich sehe nicht so schnell. Aber was ist das? den haben wir geschnitzelt war der jetzt der freund von irgendjemanden hoffentlich da war dieser rat der kann und serato ja genau von der riesen ist riesen krok habe das nicht gecheckt dass das riesen fichter kommt ok das war es jetzt ok alle meine freunde sind tot das riesen krokodil hat sie gekillt ist es die lofo ich weiß es nicht es ist echt bemerkenswert dass ich noch am leben bin ich muss weg oh der hat mich hart verprügelt ich muss weg wir müssen chillen wir haben richtig auf die glocke bekommen gerade von diesem ding holy moly aber egal wir chillen kurz dann wird das schon wieder da wird schon wieder die krokodile sind ultra krass wirken werde irgendwas wollte mich der stress das ist ultra buggy auch vielleicht schild ich lieber hier dann kann ich nämlich besser sehen was abgeht und wenn da irgendwas zu mir kreucht dann kann ich von weiten schon sehen da oben ist was das sieht mir aus wie ein was ist denn das da oben ist das kann ist das ein kanotaurus nicht unmöglich was war denn das der sind nämlich gespawnt und ich bin sofort gestorben ich liebe dieses spiel habe ich schon mal erwähnt der ist hinter mir gespawnt und ich bin sofort gestorben leute 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 so ist es auf der insel danke fürs zuschauen wenn ihr gerne öfter mal solche videos seht sehen wollt dann sagt mir beschreibt schreibt mir in die kommentare und ansonsten sage ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal passt auf euch auf ciao ciao so